Mein Name ist Mordech Rai Wolkenbruch, kurz Mordech Rai Wolkenbruch. Mordech Rai Wolkenbruch, kurz Mordech Rai Wolkenbruch. Und das hier, das ist ein arrangiertes Treffen. Er verkackt es wieder. Ich soll nämlich endlich heiraten. Mordech Rai Wolkenbruch! Telefon! Ich hab ihr gesagt, dass du heute Nachmittag Zeit hast. Hallo? Bei uns Jeden gibt es einen ganz klaren Lebensplan. Man wird geboren, beschnitten, macht mit 13 Jahren Bar Mitzvah und heiratet später eine Jeden, die so fromm ist wie man selbst. Ich möchte eine Frau, die mir so richtig gefällt. Ist ja nur frei. Also heute, Herr Wolkenbruch hat Ansprüche. Das ist eine Nicht-Jeden und die gefällt mir. Was ist geschehen mit deinem Wort? Haben Sie nicht ein anderes Modell? Norton Lenz. Jetzt sieht er aus wie dieser jüdische Regisseur. Wo die Ellen? Hast du mir eigentlich auf den Arsch geschaut? Martin! Was sagt Ihre Mutter dazu, Herr Wolkenbruch? Arsch-Schickse! Sie nimmt das nicht so streng. Sie ist eher liberal. Ich bring dich an! Willst du mir sagen, du hast dich in eine Schickse verliebt? Ja. Oh weh. Da ist ja schon müde, Ihre Dame. Du bist wirklich ein wunderlicher Zeitgenuss. Was tun wir jetzt? Vertrauen? In Wemen. Moishe! Mergein! Ja. Ja. Ja.